Jo Freunde und herzlich Willkommen zu diesem Klaren Video hier auf diesem Klaren Kanal. Ja Leute, das Video ist auf dem Fan-Klan und auf dem Uchi-Fan-Kanal beides hoch. Wird beides auf dem Bein-Kanal hochgeladen, Leute. Und was handelt es sich in diesem Klaren? Sobald ich auf meinem Hauptkanal Tauben und Abos habe, werde ich dann den Klaren eröffnen. Das soll jetzt nur mal ein kleines Video sein, dass ich einen Klaren öffne. Ich habe mir schon lange überlegt, Uchi-Klan gibt es schon. Ich weiß nicht, ob es einen Fan-Klan gibt. Wenn dann, sorry, wenn ich den jetzt nachmachen sollte. Denn Leute, ich habe jetzt einfach mal Bock, mal irgendwann mit meinem Uchi-Fan Klaren zu öffnen. Und es ist soweit. Checkt gerne mal jetzt unten die Videobeschreibung ab bei dem Fan-Klan-Kanal. Ähm, ja, checkt unbedingt das mal ab. Weiter geht es zu meinem Discord. Um was geht es hier um Discord? Sorry, das war gerade noch verwartet. Ähm, ich werde hier hier nämlich, ähm, Dings machen. Einen eigenen Klaren. Das ist mein Disco-Server, wenn ihr den noch nicht kennt. Alles pipakku. Das war es eigentlich schon vom Video. Es soll nur mal ein kleines Klaren-Video werden. Sollt ihr meinen Hauptkanal, Tauben Abos haben, ist das auch auf diesem Kanal. Ich werde ja auf beiden Kanäle hochladen, deswegen muss ich diesen Kanal sagen, aber ihr wisst ja auch auf meinem Schiedlerkanal. Jetzt werde ich dann den Klaren eröffnen. Es gibt auch den Bewerbungsticket hier bei Ticketsupport. Huch, da bin ich da rein. Und dann hier Fan-Klan-Bewerbungen. Genau. Dann rück ich hier einfach drauf. Und dann eröffnet sich hier bei offenen Tickets einfach so ein neues Fenster. Eigentlich war es das schon. Haut rein und los, girl, ein kostenloses Obo da. Tweetet Glocke auf eure Nachrichten und lasst mich da. Tschö mit euch. Und was macht ihr denn jetzt noch hier? Es sei denn, jetzt geht ihr weg vom Fenster, ihr kleinen Schlamingos, Alter. Sounds komisch.